Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Tante Marisa und Onkel Richard sind am Flughafen. Sie warten auf ihren Flug. Entspanne dich und höre zu. Richard, der Flughafen ist sehr gross. Wo sind wir? Kein Problem. Wir müssen zu Departures. Ah, Abflug. Marisa, dein Koffer ist sehr schwer. Richard, ich bin stark. Der Koffer ist nicht schwer. Ja, du bist stark. Wann fliegen wir ab? Wir fliegen nach Barcelona. Der Abflug ist um 14.20 Uhr. Jetzt ist es 13.20 Uhr. Wir haben eine Stunde. Kaffee, Richard? Ich brauche Kaffee. Ich bin sehr nervös. Keine Panik, Marisa. Zuherz die Koffer. Da brauche ich ein Bier. Deutsches Bier, Richard. Oder möchtest du spanisches Bier? Kein spanisches Bier. Deutsches Bier ist super. Richard, wo ist dein Koffer? Marisa, calm down. Bleib cool. Ah, wo ist mein Reisepass? Marisa, you get no my nerves. Ich habe deine Reisepass. Okay, Richard. I love you. Äh, ich liebe dich. Marisa trinkt einen Kaffee. Richard trinkt ein Bier. Das war ein Dialog mit Marisa und Richard. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us www.babelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss.